Nice dress, huh? Oh, yeah! Look! And now... Do you like this dress? Aha! Epsch! Freunde, was geht ab? Das muss ich einfach kurz vloggen. Ich besuche gerade meinen Kumpel Sauce, ihr kennt ihn ja. Und da kommt gleich noch ein Video. Ihr seht ihn gleich und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich komme hier an. Das war so lustig. Und man muss mit einer Fähre hierher fahren, wo sowas wohnt. Und der Fährmann sagt direkt, guckt auf meinen Beifahrersitz und sieht die Kamera da. Meine Kamera da liegen. Und dann meinte sie so, ah, ist die Presse jetzt da. Und ich so, ja, ja, so ähnlich. Und dann meinte sie so, ach, sind sie da wegen der Messerstecherei? Ja, hier kann man was erleben. So, Freunde, da kommt der Sauce. Wir gehen mal den Sauce besuchen. Ach guck mal, da ist sogar der Tieren auch dabei! Hey! Mensch! Hey, was geht's, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich eine ganz spezielle Ankündigung für euch. Oder heute darf ich euch von einem geheimen Projekt erzählen, von dem ich schon eine ganze Weile weiß, aber eh noch gar nichts. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir dafür einen guten Co-Moderator geholt. Ach so, der ist noch gar nicht da. Ja, Moment. Sauce! Wow! Ich bin ein Wahnsinns-Zauberber- Sauce, herzlich willkommen in unserem neuen Fernsehstudio hier! Ja, ja. Sauce, wir haben ein geheimes Projekt. Beziehungsweise ihr habt ein geheimes Projekt. Schon eine längere Zeit. Erzähl mal. Ja, aber du bist ja jetzt großer Teil davon. Und deswegen wollen wir es jetzt mal ein bisschen auch für euch mal zeigen. Und zwar, es handelt sich um die größte Zaubershow, die es je gegeben hat. Und die größte Zaubershow, die es je gegeben hat. Und die soll jetzt nächstes Jahr in Baden-Baden in Deutschland stattfinden. Die größte Zaubershow der Welt. Und wie heißt die? Wizard Jophie. Trailer ab! Ja, das war jetzt schon mal ein richtig heftig Adjoa. Ja, danke schön, danke schön. Also hab da echt was krasses zusammengeschnitten. Hallo, Leute! Kaffee! Oh, hallo! Kaffee! Danke! Danke! Milch und Zucker? Ah, nein, danke! Für dich? Ah, nein. Ich nehme es dir. Danke! Ich nehme es dir. Es ist okay. Es ist schön. Es ist großartig. Es ist großartig. Ja. Schau. Und jetzt. Jetzt. Du magst den Spray? Aha. Eps. Ganz schön starker Kaffee hier. Are you filming? Aha. Hello! And bye-bye. Bye-bye. Dauernzucker? Ah, jetzt nehme ich vielleicht Dauernzucker. Super. Mann, die hat ganz schön starken Kaffee hier. Ja? Ja, doch. Die sind, äh, selbst gemacht. Äh, was warst du mit Victoria? Krass. An dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung und noch mal ein herzliches Dankeschön an die Familie Petrosian, wo einfach jeder heftiger ist als der Nächste. Wirklich Hammer. Wenn ihr mehr mit denen sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mit denen filmen. Ich bin sehr oft mit denen unterwegs oder bei denen. Von daher schreibt es mal in die Kommentare, dann werden wir auf jeden Fall noch mal was zusammen filmen. Dann noch mal ganz kurze Infos zu dem Event. Und zwar das Event geht über drei Tage. Jeden Tag eine andere Show, eine andere Art von Show. Jeden Tag neue Künstler, neue Acts und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein riesen Spektakel. Wie gesagt, das wird die größte Zaubershow, die es jemals gegeben hat. Und das ist einfach krass. Also es ist wirklich krass. Und wie gesagt, ihr könnt auch dabei sein und so Leute wie mich treffen oder SOS oder vielleicht auch den ein oder anderen YouTuber, den ich noch dahin mitschleife. Also von daher, geht mal auf die Webseite, schaut es euch an in dem Kalender. Schreibt es euch rein und kommt da auf jeden Fall hin. Und dann hat der liebe SOS mich noch geprankt. Der Penner. Und wie das aussah, das zeige ich euch aber jetzt. Und wir haben dir was mitgebracht. Warte mal. Krass. Ja, war ich schön. Okay, jetzt kommen wir mit uns um. Es war jetzt ein bisschen spontan, aber füge ich ein. Okay. Es geht jetzt, Alter. Und... Ja, wir haben uns entschieden, dass du jetzt an der Zeit hast, dass du mal eine Wizard Trophy bekommst. Halt's Maul. Vom Tiefmerzen, hier überreiche ich dich als... Ja, steht drauf. Alles eingraviert, dein Name, für was du das bekommen hast. Also, ja. Wizard Trophy. Sos Petrosian Junior. World Best Manipulation. Hey, ist ja dein Name. Das ist ein Prank. Ja. Vorfreude ist die schönste Folge. Ahhhh. Ja, okay. Deine steht nicht nur noch im Baden-Baden. Die bekommst du aber auf jeden Fall noch. Äh, sorry. So, Freunde. Da kommen wir aber drauf zurück. Ja, da kommen wir aber drauf zurück. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst den Video einen Daumen nach oben, da wenn ihr neu seid, dann abonniert natürlich den Kanal und drückt mal diese komische Glocke da, wenn ihr wollt. Und, äh, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr mit den Petrosians sehen wollt oder was ihr allgemein nächstes Jahr alles sehen wollt, denn 2017 will ich diesen Kanal nochmal ein bisschen anders machen. Also von daher, schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles sehen wollt 2017 und dann werde ich das auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.